Wie hast du das all die Jahre durchgestanden? Nach allem, was du gesehen hast und was du getan hast. Da ist man doch irgendwann kein Mensch mehr. Captain, Sie kennen Chief Yellowhawk. Die Army will, dass der Chief ohne Zwischenfälle sicher in seine Heimat in Montana geleitet wird. Dieser Indianer, was er getan hat, ist ein Schlechter. Dann werden Sie zwei sicher prächtig verstehen. Ich habe Wilde getötet, weil es meine Aufgabe ist. Sie haben keine Ahnung, was der Krieg aus einem macht. Ich hasse sie. Ich habe einen ganzen Sack voller Gründe, die zu hassen. Der Befehl wird ausgeführt. Und zwar von Ihnen. Schluss mit der Parade. Leg sie in Ketten. Glauben Sie an den Herrn, Joseph? Ja, das tue ich. Aber er verschließt schon lange die Augen vor dem, was hier geschieht. Sehen Sie, wenn wir hier unser Lager aufschlagen, sind wir geliefert. Ich habe alles getötet, was läuft und kriecht. Wenn du das oft genug getan hast, gewinnst du dich dran. Genau davor habe ich Angst. Jeder hat seinen Teil zu tragen. Wir wissen beide, dass es ebenso du sein könntest, der hier in Ketten sitzt. Manchmal sehne ich mich nach der Endgültigkeit des Todes. Nach der Gewissheit. Und in Momenten der Schwäche muss ich diese Gedanken verjagen. Irgendwas sagt mir, du hast nicht den Mut, die abzufreien, Weibsbild. Jetzt aber es. Untertitelung des ZDF, 2020